Ich hoffe, dass ich hinreichend bekannt bin und jedenfalls die Leute in Leipzig wissen, dass ich ziemlich als Erster die soziale Gerechtigkeit auf den ersten Platz rücken wollte, weil wir damit die nötigen Stimmen bekommen könnten, auf 25 Prozent bei der Landtagswahl zu kommen. Vielleicht auf 30. Wir wollen nicht bescheiden sein, 40 wollen wir haben. Gut, von weiteren Träumen rede ich nicht mehr. Danke. Vielen Dank, William. Ich warte jetzt ganz kurz nochmal auf den Zettel. Seid ihr so lieb, mir den nochmal vorzubringen? Ja, ne? In der Technik? Dass ich euch hier nichts Falsches vorlese.